So, Menschen, wir sind wieder zurück. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ja, ich war nicht wirklich konzentriert bei der Sache genug. Ich sehe, wir können viermal den Feuerlöscher benutzen. Und so wie ich mich angestellt habe, war es schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt rückel ich erstmal auf den Armbrust. Komm mal an. Jawohl. Das war richtig. Dann nochmal betäuben. Und zutreten. Ja, normal war es so total der Wechsel. Normal. Normal. So, ich habe es so gefecht. So, ich habe es so gefecht. So, ich habe es so gefecht. jetzt auf den in die Umwanderung mal nicht so lange aushalten würde ich könnte es schaffen diesmal könnte ich es schaffen das dauert bloß länger ja vielleicht könnte ich es schaffen es kann nur dauern weil ich habe mir den Rad eingeholt und es hat geheißen betäuben, zutreten bei dem Armbrusttypen dann nochmal betäuben, wieder zutreten und ähm den nächsten Armbrusttypen ja, von wegen wenn das mal so einfach wäre wenn dieser scheiß Armbrustfuzzi nicht so viel aushalten würde und die auch nicht wenn meine Dritte mal sitzen würden aber ich habe ja nur Treff Wahrscheinlichkeit 30% und das ist sehr gering und meine Fäuste gehen ja auch schon zum Teil ins Leere bis jetzt schlage ich mich nicht geschlecht ja, jetzt habe ich getroffen und zieht null ab gar nichts Au jetzt bin ich tot ich sehe es kommen nur nicht aufregen nicht aufregen nicht aufregen ich versuche es noch einmal ich versuche es noch einmal ansonsten wenn ich es nicht parke werde ich es offscreen machen und glaub mir ich werde da lange dran sitzen was ist jetzt los ey du willst mich jetzt verarschen, oder? ist ja großartig, Leute ist doch echt zum Davonlauf, ne okay, Leute das war es jetzt wirklich Macho, Macho, Macho für heute auf und auf Tschö, mit dir